Der ehemalige Waffen-SS-Mann Klaas Karel Faber ist im Alter von 90 Jahren in Ingolstadt gestorben. Er stammte aus den Niederlanden und war dort nach dem Krieg erst zum Tode und später zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er 22 Menschen getötet haben soll. 1952 flüchtete er nach Deutschland und es entwickelte sich ein jahrzehntelanger Rechtsstreit. Faber wurde nie an die Niederlande ausgeliefert, weil er als Freiwilliger der Waffen-SS die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hatte.